Und jetzt nochmal zur Geldfrage. Geld ist notwendig im Bildungsbereich, aber wenn sie keine Ideen haben, wenn dadurch die Bildung qualitativ nicht besser wird, dann nützt ihnen Geld allein auch nichts. Sodass wir wirklich zusammenfügen müssen, wo stecken die wichtigen Ansätze, um Probleme, die wir gegenwärtig haben, auch im Erziehungs- und Bildungswesen zu überwinden. Und da stellen wir fest, dass die Stiftung, die Vodafone-Stiftung, etwas bewirkt haben. Ich sage, da muss auch selbst das Unternehmen, aus dem diese Stiftung hervorgegangen ist, sagen, haben wir etwas sehr Sinnvolles und Wichtiges angepackt.